Du willst also wissen, was Lenz'sche Regel bedeutet? Gut, ich sage es dir. Lenz'sche Regel ist dieses Minuszeichen hier. Du siehst hier eine Formel, die das Induktionsgesetz darstellt. Auf der einen Seite haben wir Induktionsspannung und auf der anderen Seite den magnetischen Fluss. Jetzt pass gut auf, der folgende Satz ist ganz, ganz wichtig. Die Polarität der Induktionsspannung richtet sich so ein, dass sie der Änderung des magnetischen Flusses entgegenwirkt. Da steht wirklich nichts Kompliziertes dahinter. Auf der einen Seite der Formel hast du kein Minuszeichen, auf der anderen Seite schon. Es ist ja klar, dass wenn du den magnetischen Fluss erhöhst oder verringerst, dass dann die andere Seite in entgegengesetzte Richtung verändert wird. Das war's, das ist die Lenz'sche Regel. Aber gut, gehen wir mal den Satz etwas genauer durch. Polarität irgendeiner Spannung sagt aus, wie die Anordnung des Plus- und Minuspols ist. Wenn wir Plus- und Minuspol vertauschen, dann polarisieren wir die Induktionsspannung um. Das heißt, schließen wir den Stromkreis, dann fließt ja ein elektrischer Strom. Ist klar, oder? Der wird dann in eine bestimmte Richtung fließen, je nach Polarität der Spannung. Nehmen wir mal an, unser Stromkreis ist geschlossen, sodass der Induktionsstrom entstehen kann. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, wie entsteht ein Induktionsstrom? Ganz, ganz easy. Du nimmst ein Magnetfeld und packst einen elektrischen Leiter rein. Dann bewegst du den Leiter und damit auch die sich darin befinden Ladungen so, dass ein elektrischer Strom entlang des Leiters entstehen kann. Und das ist der Induktionsstrom. Wie bewirkst du jetzt aber, dass der Induktionsstrom entlang des Leiters fließt und nicht zum Beispiel quer dazu? Das geht ganz einfach. Wende die Drei-Finger-Regel an. Wenn du keinen Bock hast, den Leiter selber zu bewegen, dann kannst du auch mit einer Spannungsquelle den Strom erzeugen. Was dann passiert, ist klar, oder? Lorenz Kraft lenkt den Leiter aus. Eine Auslenkung des metallischen Leiters bedeutet aber auch Bewegung der Ladung. Also wendest du die Drei-Finger-Regel nochmal an. Und du wirst feststellen, Lorenz Kraft wirkt entgegen dem elektrischen Strom. Das heißt, Lorenz Kraft versucht, die Ursache, also den elektrischen Strom, der die Auslenkung verursacht hat, zu unterbinden. Das ist Lenz'sche Regel. Auf diese Weise kannst du zum Beispiel die Richtung des Induktionsstromes bestimmen. Es geht aber auch noch viel einfacher, wenn du die Änderung des magnetischen Flusses betrachtest. Ob sich der Fluss erhöht oder verringert. Magnetischer Fluss ist sozusagen die Stärke des Magnetfelds. Dazu brauchst du nur deine rechte bzw. linke Hand für die Korkenzieher-Regel und eben die Lenz'sche-Regel. Längst du die Leiterschaukel im Hufmagneten aus, erhöhst du damit den magnetischen Fluss durch die Leiterschaukel hindurch. Um dem erhöhten magnetischen Fluss irgendwie entgegenzuwirken, lässt die Natur einen Induktionsstrom entstehen, dessen magnetischer Fluss B entgegen dem anderen magnetischen Fluss A wirkt. Mit Korkenzieher-Regel lässt sich die Richtung des Induktionsstroms ganz easy feststellen. Dazu benutzt du alle deine Finger außer den Daumen und krümmst sie um die Leiterschleife herum, sodass sie entgegengesetzt dem Südpol des Hufmagneten gerichtet sind. Entgegengesetzt dem Südpol, weil das Magnetfeld vom Nord zum Südpol verläuft. Dem wirkst du also mit deinen Fingern sozusagen entgegen in Richtung des Nordpols. Du musst ja der Erhöhung des magnetischen Flusses irgendwie entgegenwirken. Wenn du jetzt den Daumen streckst, so zeigt er in Richtung des induzierten, also erzeugten Stroms. Wenn du rechte Hand benutzt hast, dann vom Plus zum Minuspol, wegen der technischen Stromrichtung und so, sie ist eigentlich schon längst out, weil früher dachte man, dass in einem Leiter positive und nicht negative Ladungen fließen, was aber genau andersrum ist. Das heißt, wenn du rechte Hand verwendet hast, dann fließen die Elektronen genau in entgegengesetzte Richtung. Oder du verwendest gleich die linke Hand. Also nochmal, zuerst schaust du, ob sich der magnetische Fluss überhaupt verändert, ob er sich erhöht oder verringert. Du musst aber auch wissen, in welche Richtung er sich verändert, damit du deine Finger entgegengesetzt richten kannst. Also du nimmst deine Hand, zum Beispiel die rechte, und richtest deine Finger außer dem Daumen entgegen der Magnetfeldänderung. Dann streckst du den Daumen, und der zeigt dir entweder technische Stromrichtung, also gefakte Stromrichtung, oder bei Verwendung der linken Hand physikalische reale Stromrichtung an. Und du wirst immer feststellen, dass der entstandene Induktionsstrom immer versuchen wird, mit seinem Magnetfeld die Änderung des anderen Magnetfelds zu neutralisieren. Was natürlich ganz geil ist, denn auf diese Weise verletzt die Natur nicht den Energiehaltungssatz. Stell dir mal vor, wenn die Magnetfeldrichtung des Induktionsstroms nicht entgegen der Magnetfeldänderung gerichtet wäre. Du erhöhst also den magnetischen Fluss. Das induziert einen Strom, der wiederum verstärkt mit seinem Magnetfeld die Erhöhung des anderen Magnetfelds, was wiederum in einem noch höheren Induktionsstrom resultiert. Und das geht so weiter. Dies ist aber leider nicht der Fall. Das Magnetfeld B, des Induktionsstroms, versucht die Veränderung des Magnetfelds A zu neutralisieren. Eine Quelle für unendlich ansteigende Energie aus dem Nichts ist also nicht möglich. Das ganze Universum würde bestimmt zusammenbrechen. Surprise, motherfucker! Lass uns jetzt ein paar Beispiele anschauen. Wir haben hier einen metallischen Rahmen, auf dem eine Metallstange hin und her bewegt werden kann. Platzieren wir das Ganze in ein Magnetfeld, dessen Feldlinien in den Bildschirm hineinzeigen und bewegen die Stange nach rechts. Dann erhöht sich der magnetische Fluss auf der linken Seite und auf der rechten Seite verringert er sich. Was folgt also daraus? Genau, es entsteht dadurch ein Induktionsstrom. In welche Richtung muss er fließen? Nach unten. Du musst ja dem Magnetfeld, welches in den Bildschirm hinein erhöht wird, entgegenwirken. Eine wichtige Sache, magnetischen Fluss kannst du verändern, indem du entweder Fläche- oder Feldliniendichte veränderst. Ich muss also nicht unbedingt die Stange bewegen. Ich kann auch die Feldliniendichte des Magnetfelds erhöhen und schon habe ich das gleiche Ergebnis. Wenn ich Feldliniendichte verringere oder die Stange wieder zurückbewege, ist klar, der Induktionsstrom ändert seine Richtung. Schauen wir mal ein anderes klassisches Experiment an. Dazu nehmen wir einen Stabmagneten und einen Metallring, den wir mal an einem Faden aufhängen. Der Stabmagnet hat einen Nord- und einen Südpol, ist klar, ne? Schieben wir jetzt mal den Nordpol des Magneten in den Ring hinein. Dabei erhöht sich aber der magnetische Fluss im Metallring. Es entsteht ein Induktionsstrom und aufgrund der Regel von Lenz wirkt das Magnetfeld dieses induzierten Stroms gegen die Erhöhung des magnetischen Flusses. Es findet eine Abstoßung statt. Der Metallring entfernt sich vom Stabmagneten. Es ist also dort, wo der Stabmagnet angenähert wird, ein Nordpol entstanden. Und zwei gleiche Pole, wie du weißt, stoßen sich ab. Bewegst du den Stabmagneten wieder heraus, so verringerst du den magnetischen Fluss und der Metallring bewegt sich mit. Er wird angezogen. Jetzt ist ein Südpol an der Stelle entstanden und wird vom Nordpol des Stabmagneten angezogen. Puh, hast du jetzt ungefähr verstanden, was Lenz'sche Regel aussagt? Nicht ganz? Okay, hier noch ein Beispiel. Man erzeugt ein Magnetfeld und lässt dadurch einen Metallring pendeln. Was passiert, wenn der Ring das Magnetfeld betritt? Es erhöht sich ja der magnetische Fluss durch den Ring hindurch. Das wiederum induziert einen Strom. Der Ring muss abgebremst werden, denn erinnere dich an die Regel von Lenz. Induktionsstrom ist so gerichtet, dass er die Ursache seiner Entstehung zu hemmen versucht. Bewegung ins Magnetfeld hinein ist die Ursache, der man durch Abbremsung entgegenwirkt. Kannst auch Drei-Finger-Regel anwenden und das selber überprüfen. Ladung im Ring wird nach rechts bewegt. Dahin zeigt der Daumen. Zeigefinger ist in den Bildschirm hineingerichtet, weil dahin das Magnetfeld verläuft. Dadurch wirkt Lorenzkraft, der Mittelfinger, auf die Elektronen nach unten, wenn du linke Hand verwendet hast natürlich. Nach unten bewegte Elektronen aber verursachen auch eine Lorenzkraft, die entgegen der Bewegung des Metallrings zeigt. Deshalb findet eine Abbremsung statt. Das ist aber alles viel zu umständlich mit der Drei-Finger-Regel, wenn du Lenzsche-Regel verstanden hast. Du kennst die Ursache, hineinpendeln, und du weißt, dass sich der magnetische Fluss dadurch erhöht. Deswegen muss der Ursache, dem hineinpendeln, entgegengewirkt werden. Alles klar? Gut. Allein mit der Lenzschen-Regel kannst du so viele technische Anwendungen erklären, ohne überhaupt zu wissen, wie die Technik genau aufgebaut ist. Ist das nicht geil? Kennst du diese Sicherheitsleute am Flughafen, die dich mit so einem Teil absuchen? Das ist ein Metalldetektor. Den kannst du jetzt ganz easy erklären. Im Detektor fließt ein elektrischer Strom, der ein Magnetfeld erzeugt. Trifft dieses Magnetfeld einen metallischen Gegenstand, so entsteht in diesem Gegenstand ein Induktionsstrom, der mit seinem Magnetfeld, dem Magnetfeld des Detektors, entgegenwirkt, was natürlich den elektrischen Strom im Detektor ändert. Und das dient dann als ein Signal, okay, da wurde etwas Metallisches entdeckt. Mit Lenzschen-Regel kannst du aber auch das Funktionsprinzip von Fahrraddynamos, Wirbelstrombremsen in den ECEs, Magnetschwebebahnen in Japan, Festplatten, Disketten, Antiblockiersysteme in Autos erklären und vieles, vieles mehr und sogar Verkehrsampeln. Bei viel Verkehr wird die Grünphase verlängert, um Staus zu vermeiden. Da steckt die Lenzschen-Regel dahinter. Ist richtig geil, oder? Es gibt wirklich sehr viele Anwendungen, die auf elektromagnetischer Induktion basieren und deren Grundprinzip mit der Lenzschen-Regel erklärt werden kann. Puh, das war's. Wenn du irgendeine Frage hast, dann stell sie unbedingt in den Kommentaren. Ansonsten wäre es richtig cool, wenn du entweder das Video oder die Textversion in der Beschreibung mit deinen Kollegen teilst. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.